Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch auf dem Smart TV auf der YouTube-App anmelden könnt, diverse Benutzerprofile hier anlegen könnt und so eure Funktionen natürlich auch am Smart TV verwenden könnt. Die einfachste Art und Weise, YouTube-Videos am Smart TV zu schauen, ist, die YouTube-App auf dem Smart TV zu starten und dieses quasi mit dem Handy fern zu bedienen. Hierfür begebt ihr euch in die Einstellungen der YouTube-App und wählt den Punkt Per TV-Code verbinden. Hier wird euch nun ein Code angezeigt. Diesen könnt ihr in eurer YouTube-App eingeben. Hierfür startet ihr eure YouTube-App, klickt auf euren Avatar, wählt den Punkt Einstellungen, auf Fernseher ansehen und hier den Punkt TV-Code eingeben. Hier gebt ihr nun den angegebenen Code ein und betätigt Verbinden. Nun könnt ihr euch ein x-beliebiges Video auf eurem Smartphone aussuchen, dieses starten und das Video so auf eurem Smart TV wiedergeben. Wollt ihr die Wiedergabe wieder auf eurem Smartphone haben, klickt ihr einfach hier auf das Video und klickt hier oben diese Schaltfläche. Hier könnt ihr das Streaming direkt beenden und könnt nun das Video wieder wie gewohnt auf eurem Smartphone wiedergeben. Dasselbe geht natürlich umgekehrt. Wollt ihr das Video wieder auf eurem TV wiedergeben, klickt ihr wieder auf diese Schaltfläche, wählt das dementsprechende Gerät aus und das Video wird wieder auf eurem Smart TV wiedergegeben. Eine deutlich komfortablere Variante ist natürlich, sich direkt hier auf dem Smart TV in der App anzumelden. Das geht auch ziemlich einfach. Wählt hierfür in der YouTube-App den Punkt Konten und anmelden. Nun wird euch hier eine Webseite angezeigt. Diese gebt ihr bitte in eurem Browser ein. Das könnt ihr über Smartphone oder über PC realisieren. Ich zeige das euch einfach hier am PC. Wir geben hier nun unseren angegebenen Code ein, wählen nun hier unseren YouTube-Account aus und geben hier der App die Berechtigungen frei. Nun haben wir so unseren Account mit unserer App verbunden. Wir können das nochmal überprüfen, indem wir hier den Punkt Konto anwählen und hier sehen wir alle angemeldeten Nutzer. Wir können natürlich noch mehr Nutzer anmelden. Man hat ja meistens noch mehr Bewohner im Haushalt, die vielleicht das Gerät verwenden. Um einen weiteren Nutzer anzumelden, klickt ihr auf Konto hinzufügen und wiederholt einfach nochmal diesen Schritt mit dem zweiten Konto, was ihr hier anmelden wollt. Alle angemeldeten Benutzer können wir natürlich unter dem Punkt Konto verwalten und hier können wir dann zwischen den verschiedenen Nutzern hin und her schalten. Ein besonders interessanter Punkt ist hier der Gastnutzer. Diesen Punkt würde ich euch empfehlen immer dann zu wählen, wenn ihr eure YouTube-App von einer anderen Person verwenden lasst. Das heißt, jemand ist hier zu Besuch und möchte hier YouTube-Videos schauen. Warum sollte man das tun? Ganz einfach, YouTube gewöhnt sich nach und nach an euer Nutzerverhalten. Was also bedeutet, die Vorschläge, die hier angezeigt werden, kommen immer dementsprechend, welcher Nutzer YouTube verwendet. Verwenden mehrere Nutzer ein Profil, führt das zu Verwirrungen und ihr erhaltet dementsprechend nicht die richtigen Vorschläge. Also würde ich euch immer empfehlen, einen Besucher hier nur über den Gast-Account laufen zu lassen. Des Weiteren könnte ja der Besucher auch Videos bewerten oder eventuell andere Aktionen durchführen, die dann auf eurem Account gespeichert werden würden und das wollen wir natürlich nicht. Um nun wieder auf euren Account zurückzuwechseln, wählt ihr wieder den entsprechenden Account aus, klickt auf Konto verwenden und ihr seid wieder mit eurem Account angemeldet. Ihr könnt natürlich auch eure Accounts hier verwalten. Hierfür klicken wir wieder auf Konten, wählen hier den dementsprechenden Account aus und können dann dementsprechend auch diesen Account hier entfernen. Somit habt ihr diesen Account abgemeldet und er kann hier nicht mehr genutzt werden. Wollt ihr alle Einstellungen zurücksetzen und alle Accounts mit einem Schlag entfernen, geht das natürlich auch sehr einfach über die Einstellung. Wählt hier einfach den Punkt App zurücksetzen und bestätigt dieses. Durch das Bestätigen werden nun alle Accounts hier in der App gelöscht und die App ist wieder im Auslieferungszustand. So und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal einige hilfreiche Tipps geben. War dem so, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen? So klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.